Ich bin der Philipp Reiter aus Bad Reichenhall und ich laufe gerne in den Bergen umeinander, Skitouren gehen, Radl fahren, klettern, alles was so bei uns möglich ist. Wir haben ja wirklich das Privileg hier, da in einem Paradies zu wohnen und wenn ich in Untersberg hochgehe vor der Arbeit, noch mit der Stirnlampe, dann ist es einfach was Spannendes und das macht auch nicht jeder und es ist einfach unglaubliche, tolle Atmosphäre und Momente, die einfach sich total einbrägen, ein Brennen fasst. Und ich bin eigentlich einer, der immer ein Ziel braucht, Dinge wo ich einfach weiß, aktuell schaffe ich es nicht und ich will es aber schaffen und dafür, um das zu schaffen, muss ich gewisse Sachen machen, sonst wird es nicht funktionieren. Also ich habe eigentlich wirklich nur Ausdauertraining gemacht und habe einfach gemerkt, dass irgendwann das nicht mehr so ganz rund läuft und habe dann angefangen hier im Vita-Club hauptsächlich Balance-Sachen zu machen und habe einfach gemerkt, wie dann auf einmal der ganze Körper sich anders vernetzt. Wie man einfach die einzelnen Komponenten viel besser harmonieren und nicht nur einzelne Muskelgruppen immer bewegt werden und einfach auch für die Aufrichtung, für die Ganzkörperspannung, für die Verletzungs-Orphylaxe. Und ich weiß, wenn ich nur draußen trainiere, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es einfach zu einseitig ist und um die Vielseitigkeit und um mir die Möglichkeit zu erhalten, draußen möglichst viel Leistung zu bringen, weiß ich, dass ich einfach die Basis wirklich aufbauen muss und das passiert hier. Darum bin ich dabei.